Musik Christoph, wie weit sind wir schon gekommen? Ja, es ist unfassbar. Wir sind jetzt schon seit... Wann haben wir uns getroffen? Seit... Lange her. ...zehn Minuten unterwegs und machen unseren ersten Stopp. Wie immer haben Bäcker unseres... Hier haben wir den Bäcker unseres Vertrauens. Olga macht den besten Kaffee der Stadt, also Stadt übertragen zu nennen. Weil wir sind in Schesel. Das steht immer tatsächlich in den Zeitplanungen so drin. Wir treffen uns dann um, weiß ich nicht, 12 Uhr. Und dann steht da immer 12.10 Uhr Kaffee holen in Schesel. Christoph, das machen wir jetzt gerade. Könntest du einsteigen, bitte? Ja, gerne. Die anderen Säcke auch, bitte. Das bin ich. Ich habe gesagt, einsteigen! Weiter, 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 weiter. Hallo! Hallo! Ja, hallo liebe Feuerengel-Fans. Heute ist wieder ein ganz besonderer Tag. Nämlich ein Feuerengel-Webisode-Tag. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Görlitz, also ans andere Ende der Republik. Hinter mir unschwer zu erkennen, die Autobahnen und blühende Landschaften. Vielen Dank für diesen spontanen Applaus. Ja, ihr seht, die Laune ist wieder auf dem Höchstpunkt. Und jetzt wird es gerade ein bisschen bescheuert, das macht aber nichts. Zugabe! Zugabe! Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass heute ein ganz besonderer Tag ist. Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass Feuerengel doof sind. Ganz doof. Nein. Sind schon ganz lieb. Boris, sag nochmal, warum hast du heute mal wieder das Steuer hier sozusagen in die Hand genommen? Also erstens, es ist sehr warm draußen und es ist eine Qual, da hinten mit diesen stinkenden Leuten im Bus zu füllen. So was zum Beispiel. Naja, deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre heute einfach mal, weil hier vorne ist eine schöne Klimaanlage an. Hier ist es eigentlich schon ein bisschen zu kalt. Aber egal, das ist halt ein Grund oder der zweite Grund ist, ich fahre hier lockere 160 bis 180, obwohl ich nur 120 fahren darf. Und ich muss normalerweise mal die Strafzettel meiner Bandkollegen bezahlen. Und ich wollte jetzt mal selber eins tun. Holger, was sagst du denn dazu, dass Boris uns heute fährt? Danke. Daniel, was sagst du denn dazu? Ähm, ja, ähm, Christoph? Fast hätte ich den Wichtigsten hier vergessen. Farb? Farb, komm raus, komm, trau dich. Da kommt er. Da kommt er. Ja, guck mal, da ist er doch. Ja, guck mal. Kuckuck. Hallo, Farb. Ja, wir schlafen jetzt nur langsam die Füße ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.